Er o Immanuel César Costa o Immanuel César Cedá ist ein ehemaliger portugiesischer Fußballspieler. Zunächst in der Verteidigung eingesetzt, spielte er schon bald im offensiven Mittelfeld. In der Nationalmannschaft gehörte er zusammen mit Luis Figo zur goldenen Generation Portugals. Heute ist er in der sportlichen Leitung von Benfica Lissabon tätig. Karriere Im Alter von fünf Jahren begann Costa beim Damai Aginasio Club mit dem Indoor-Fußball. Im Alter von zehn Jahren bestritt er ein Probetraining bei Benfica Lissabon. Betreut wurde dieses durch Portugals Fußballlegende Eusebio, welcher schon damals von den Fähigkeiten Costas begeistert war. Anschließend wurde er in das Fußballinternat Benficas aufgenommen, wo er bis 1990 spielte. In seiner ersten Saison im Männerbereich wurde er an den AD Fave ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Beim unterklassigen Verein zeigte er gute Leistungen und war Stammspieler. 1991 stieß er dann endgültig zum Profikader von Benfica Lissabon, wo er bis 1994 blieb. Mit Benfica gewann er 1993 den nationalen Pokalwettbewerb und 1994 die nationale Meisterschaft. Im Sommer 1994 bot der AC Florenz sechs Millionen Euro für den jungen Mittelfeldspieler. Benfica, damals mit finanziellen Problemen behaftet, stimmte dem Wechsel zu und ließ Costa nach Italien ziehen. Sieben Jahre spielte Costa für die Fiorentiner, wobei er zweimal den italienischen Pokalwettbewerb gewinnen konnte. Während dieser Zeit wurde er mehrfach als bester Zehner Italiens geehrt. Durch starke Leistungen wurde er immer wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht, blieb dem ACF aber immer treu. Erst als Florenz zur Saison 2001-02 Insolvenz anmelden musste, entschied sich Costa für einen Wechsel. Damaliger Trainer in Florenz war Verdichterim. Als dieser im Sommer 2001 zum AC Mailand wechselte, nahm er Costa mit. Für Mailand war Costa der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte. Insgesamt 42 Millionen Euro wurden an Florenz überwiesen. Bei den Rossneri hatte Costa wohl seine erfolgreichste Zeit. In fünf Jahren dort gewann er je einmal die italienische Meisterschaft, die Coppa Italia, die Supercoppa Italiana, die UEFA Champions League und den europäischen Supercup. In den ersten beiden Jahren war Costa unumstritten im Mittelfeld, rückte aber danach immer mehr in den Schatten des brasilianischen Wunderkens Kaka. Von da an fand sich Costa meistens auf der Auswechselbank wieder und ihm blieb oft die Rolle des Zuschauers. Am 25. Mai 2006 wurde bekannt, dass Costa wieder zu seinem Heimatverein Benfica wechseln wird. Beide Vereine und der Spieler einigten sich auf einen Wechsel zur neuen Saison. Am 11. Mai 2008 bestritt er sein letztes Profifußballspiel gegen Vitoria Setobal. Anschließend erklärte er seinen Rücktritt. Seit er 1991 bei der Junioren-Weltmeisterschaft den entscheidenden Elfmeter im Endspiel gegen Brasilien erzielte und Portugal damit Junioren-Weltmeister wurde, galt er in seiner Heimat als Nationalheld. Dieser Cup-Gewinn und der zwei Jahre zuvor erst errungene Titel im Jugendbereich war die Geburtsstunde der goldenen Generation Portugals. Viele Anhänger erhofften sich in den kommenden Jahren großen Erfolge im Männerbereich. Zu einem Titel schaffte es die goldene Generation allerdings nie. 1993 wurde er das erste Mal in die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft einberufen. Nach der Europameisterschaft im Jahr 2004 erklärte er seinen Abschied aus der Nationalmannschaft. Für die Fußball-Europameisterschaft 1996 die EM 2000, die EM 2004 und die Weltmeisterschaft 2002 war Costa nominiert. Siehe auch Portugiesisches Aufgebot der Europameisterschaft 2004 Erfolge Titel Als Nationalspieler Junioren-Weltmeister Europameisterschafts-Zweiter 2004 Benfica Lissabon portugiesischer Pokalsieger Portugiesischer Meister 1994 AC Florenz italienischer Pokalsieger Italienischer Supercup-Sieger 1996 AC Mailand italienischer Meister Italienischer Pokalsieger Champions League-Sieger Europäischer Supercup-Sieger 2003 Auszeichnungen UEFA Euro All-Star Team Orden des Infernten Dom Henrik Sod Maßnahmen Moin des Infernes Vielen Dank.